Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist David und willkommen zum Nennen wir hier auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es eine neue Runde Vollgeist und heute gibt es eine Challenge. Und zwar, wir dürfen nicht Geld berühren, außerhalb da, wo es unmöglich ist, wo wir Geld berühren müssen. Und am Ende schreibt mir in die Kommentare, wie oft ihr denkt, wie oft ihr nicht Geld berührt hättet. Und dann starten wir mal rein in eine Runde. Mal wieder überspringe ich das und sehen wir uns gleich. Und zwar, wir haben den Kreis in der Runde. Also da müssen wir kurz Geld berühren, weil die sind da, die dich vorboosten. Aber zum Beispiel da, die dich abbauen, sind dürfen wir es halt nicht. Und, ja, und, also alles was Geld ist, dürfen wir halt nicht berühren, außer wenn es nicht anders geht. Aber wenn es einen anderen Weg gibt, dann dürfen wir es halt nicht berühren. Das zählt auch für die Skins. Wir dürfen auch keine gelben Skins berühren. Ich habe gerade schon mal erstes Geld berührt. Ich... Ich habe es gefühlt, jeder hat es mit Geld. Knappes Ding. Da zum Beispiel dürfen wir nicht auf das Vorboost-Ding gehen. So, nicht Geld berühren. Einfach... Gut. Da müssen wir es. Ist klar. Hier müssen wir nicht, deswegen machen wir das auch nicht. Klares... Ich habe nicht Geld berührt. Hier sind überall Gelbe-Skins. Oder wollen wir das lassen mit den Gelbe-Skins? Oh, no. Oder... Und ich bin weiter. Let's go. Jetzt haben wir, glaube ich, einmal oder zweimal Geld berührt. Ihr könnt es gerne nochmal schauen. Aber dann warten wir auf die nächste Runde. Und jetzt haben wir ähm... Phrenetische Fabri... Auf jeden Fall. Und wir müssen die gelben Knöppel drücken. Das weiß ich. Wo bin ich dort hinten, ne? Oh! Ich sehe da schon ein Gelben, ne? Sieht ihr ihn? Da! Guckt! Sieht ihr ihn? Die werden wir als erstes drücken, ne? Wenn er kommt, dann schnell drauf. Und... Und... Gedrückt! Gedrückt! Auf jeden Fall! Hm... So, meiner? Ne... Da ist er da! Na, hast du nicht geschafft. Und... Gedrückt! So ein Ding ist das. Oh, schade. Da hinten ist einer. Ja! Nope! Haben wir leider nicht bekommen. Höh! Da ist einer! Ich will mit! Und... Uuuh! Zwei fehlen uns noch. Da ist einer! Boah, ich hasse dieses Teil hier. Ja! Wichtig! Da ist einer! Oh, schade. Hoffentlich qualifizieren wir uns. Da ist... Da ist einer! Nein! Nein! Hä? Wie kann man so schlecht sein, wie ich? Hä? Habt ihr schon mal so einen schlechten Spieler gesehen? Ich glaube nicht. Hä? Ich bin so schlecht. Das schaffe ich vielleicht nicht. Nein! Nein! Ich glaube, wir qualifizieren uns nicht. Doch! So ein Ding ist das! Und ab in die Nichtrunde! Jo, Leute! Und wir haben jetzt Ausweichmanöver. Ich weiß aber nicht, ähm, ob das final ist. Aber ich glaube schon. Ich glaube, wir haben jetzt noch 8 oder 7 oder 9, oder? Oder direkt erst da. So, 8 qualifizieren. Okay, komm. Ich bemühe mich. Ausnahmsweise. Lol. Ihr wisst, das ist sehr schwierig. Man wird gefühlt, ich bin die ganze Zeit gehittet. Also eigentlich nur ich. Die anderen werden gefühlt nie gehittet. Ja, auf jeden Fall nice, wenn wir ins Finel kommen. Jo! Weil Finel wird dann vielleicht nice. Ja, nein, nein, nein. Hä? Aber guck mal, wie viele Früchte da kommen. Das ist übertrieben. An die, die Vorgeisterfucken haben, er übertreibt. Oder, Leute? Wie findet ihr es? Übertreiben die? Jo! Jo! Ach. Ja, das war's damit. Boah. Echt schwierig, gib zu. Okay, Leute, das war's mit der Challenge. Lasst ein Like. Also, die Knöpfe haben natürlich auch nicht gezählt. Die musste ich ja drücken. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ei. rados megsch инструмент. Ort. Die nicht. Echt? Die nicht. Die notwendung. Da waheen. Die nicht. Die nicht. Die nicht. Die nicht. Die浅. Die ног ICUность. Vielen Dank.